Der digitale Wandel ist ein Schlüsselelement im EU-Pandemieplan. Das Herzstück des Plans ist die Aufbau- und Resilienzfazilität im Umfang von 672,5 Milliarden Euro, die für öffentliche Investitionen und Reformen ausgegeben werden soll. Um Zugang zu diesem Geld zu erhalten, haben die Mitgliedstaaten nationale Konjunkturpläne eingereicht, die 20 Prozent der Mittel für Initiativen zur Digitalisierung ihrer Wirtschaft vorsehen. Die digitale Technologie verändert unseren Alltag. Aber es gibt eine Kluft zwischen den Habenden und den Nichthabenden des elektronischen Europas. 42 Prozent der Europäer verfügen nicht über digitale Grundkenntnisse und 83 Prozent des Mittelstands nutzen keine Internet-Cloud-Dienste. Um sicherzustellen, dass alle davon profitieren, plant die EU Investitionen in ultraschnelles Breitband, die Ausbildung von Menschen in digitalen Fähigkeiten, die Unterstützung von Start-ups und kleinen Unternehmen bei Innovation und Wachstum sowie die Nutzung von Technologie, um klimaneutral zu werden.